Musik Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Es ist die Zeit der Feste und Partys. Endlich wieder, muss man sagen, während das Stadtfest in Frankfurt am Donnerstag so richtig beginnt und unter anderem mit Boshorst, Glasperlenspiel und die Prinzen aufwartet, wird Ende August das Stadtfest in Eisenhüttenstadt dann mit Silli, Michael Schulte und Alexander Knappe stattfinden. Und gleich in den Meldungen des Tages gehen wir dann auch noch mal auf das vergangene Wochenende ein. Da gab es ja auch noch einiges, unter anderem auch ein schönes Sommerfest. Da möchten wir auch darüber berichten. Und weiter noch im Programm heute TV-Lokal vom vergangenen Freitag. Also die wichtigsten Themen doch mal in einer anderen Art zusammengefasst. Und jetzt gibt es die Meldungen des Tages. WDR 2020